Es ist der mit Spannung erwartete Höhepunkt des Parteitags der US-Republikaner. Donald Trump nimmt seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat offiziell an. In vier Monaten werden wir einen unglaublichen Sieg erringen und wir werden die vier großartigsten Jahre in der Geschichte unseres Landes beginnen. Trump verspricht, er wolle Präsident für ganz Amerika, nicht Halbamerika sein. Er wolle die Nation von einer, so wörtlich, fehlgeleiteten und inkompetenten Führung befreien. In seiner Rede schlägt der Ex-Präsident aber auch versöhnliche Töne an. In einer Zeit, in der die Politik uns zu oft spaltet, ist es an der Zeit, daran zu erinnern, dass wir alle Bürger eines Landes sind. Wir sind eine Nation unter Gott, unzertrennbar in Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Und wir dürfen Meinungsverschiedenheiten nicht dämonisieren, was in unserem Land zuletzt in einem bislang unbekannten Ausmaß geschehen ist. Trump spricht auch über den versuchten Mordanschlag auf ihn. Ich wusste sofort, dass es sehr ernst war, dass wir angegriffen wurden. Überall war Blut und in gewisser Weise habe ich mich sicher gefühlt, denn ich wusste, Gott an meiner Seite, das habe ich gefühlt. Ich wusste, Gott an meiner Seite, das habe ich gefühlt. Ich wusste, Gott an meiner Seite, das habe ich gefühlt.